Ähm... Wieder einige Monate? Wieder?! Alter, der macht so etwas Komfortschritt! Alter, das kann was werden, das kann was werden! Alter, der Hauptschritt! Mann! Ah, da haben wir genug zum Team! Genug! Non-Moma gehört das hätte ich gesagt! Na schau' wir das gleich mal auf! Wo, den haben wir denn... Da! Da-da da 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 da! Ja, den habe ich auch gesehen. Hm... Oh, f***ig, let's go. Ja, bei Gott bin ihr. Fuck. Oh, Alter, geil, ich hab alle kämpfen. Ich bin voll dabei, aber voll. Okay, gehen wir in die Fresse. Es gibt nicht einmal die Chance dazu. Nein, das hätte ich... Das muss ich noch mal hin, Alter. Das muss ich noch mal hin, dass da was drauf hat. Warte, das hätte ich noch eine Mega-Telepotation machen, oder was? Huh? 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 Whoo, der Georg! Dann machen wirs jetzt mal den nosotros! Na wo hat er da? Den bekam ich! Ja? Schau, die Klappe. Ha, ha, ha! Huff! 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 Na kum, na kum, jetzt übertreiben wir's. Jetzt übertreiben wir's, aber sowas von. Jawohl, jetzt fahren wir doch schon mal. Jetzt kriegst du's. Ja, kriegst du ja wirklich hohe es da ab. Kriegst du mit, Alter, ist ein Wahnsinn. Dann schlägst du mir hier auf, dann schlägst du mir wieder auf, Wahnsinn. Huff! Huff! Jetzt kriegt er ja auch so was von. Und Finish! Geil! Aber auch im Meisterfeld macht man ja nicht mehr. Das geht halt, dann ist gar nicht so safe. Hier steht, wenn du alles gedacht. Na ja, die würde ich nicht mehr zu sagen, Digby, du achst ja nicht mehr zu machen. Wenn ich es so war, dann kommst du das mit Tieren, Du kannst mir den Zeigstil schlussieren. Das müssen wir die Tieren mehr so gut erledigen. Umgann einfach zu lernen. Oh, irgendwie letters online, Uuuh, nice Münzau. Nice. Da werde ich lieber mal schauen, dass wir die anderen Missionen da machen. Das können wir uns sagen.